Für die Wahlen zum Europäischen Parlament am 19. Juni haben ja die Freiheitlichen tolle Kandidaten aufgestellt. Und bei mir ist jetzt einer, der schon in Brüssel und in Straßburg quasi am politischen Parkett sich in den letzten Jahren bewiesen hat, nämlich Georg Mayer. Danke fürs Kommen, grüß Gott. Ja, gerne, hallo. Ja, vielleicht für alle, die Sie noch nicht so kennen, kurze Vorstellung, privat, wie heute der Georg Mayer so ist, abseits der Politik. Ja, abseits der Politik. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren im Europaparlament, da lernt man natürlich auch viel kennen und ist viel unterwegs. Das heißt, ich bin sehr, sehr viel unterwegs, aber auch privat bin ich natürlich viel unterwegs, habe zahlreiche Hobbys, bin Steirer, bin sehr gerne in der Steiermark, wohne in der Südsteiermark und bin halt, wie gesagt, schon sehr, sehr ein Reisetätiger. Das heißt, auch privat reise ich ganz gerne und das ist für mich erfüllend. Lesen tue ich sehr gerne, ich bin auch leidenschaftlicher Jäger und das sind meine Hobbys und das ist meine Erfüllung. Wie war denn eigentlich das damals, als Sie sich entschieden haben, zur FPÖ zu gehen? Warum gerade zu den Freiheitlichen? Das war Anfang der 90er, weil Jörg Haider damals die gesamte politische Landschaft in Österreich aufgewühlt hat. Also der hat, ich sage immer, der hat die Wahlen gewonnen und mehr in Österreich geändert, ohne jemals Bundeskanzler gewesen zu sein als jedes Bundeskanzler vorher. Das hat mich gefreut, weil er diese Strukturen aufgebrochen hat, dieses Aufgeteilt, Österreich war aufgeteilt zwischen Schwarzen und Roten. Das gab es in jeder Struktur sogar bis hin zu den Autofahrerclubs und das hat mir gut gefallen, dass er denen ein Spiel vorgehalten hat und diese Strukturen durchbrochen hat, denn damals war es nur möglich, entweder hat man Parteibuch gehabt oder keines und nur so ist man weitergekommen. Und wie war dann Ihr Werdegang, also bis zum EU-Parlament, wie ist die Karriere innerhalb der FPÖ dann weitergegangen? Ja, also ich habe mit 15 beim Ringfreiheitlicher Jugend begonnen, in Feldbach in meiner Geburtsstadt und Heimatstadt und war dort lange aktiv. Ich war im Landesvorstand in der Steiermark, in der Jugend, bin dann in die Studentenpolitik auch gegangen. Ich bin gerade studiert, über die Studentenpolitik dann zurück in die Gemeindepolitik. Ich war im Gemeinderat auch in Feldbach fünf Jahre lang, bin dann nach Brüssel schon damals als Mitarbeiter nach dem Studium, beziehungsweise vorher im Ministerbüro noch gewesen, als wir Regierungsbeteiligung hatten. Dann nach Brüssel, dann wieder zurück in den Landtag, in den Steirischen, dort war ich Klubobmann und vom Landtag dann 2014 ins Europaparlament, also sehr bewegte Vergangenheit, was jetzt zumindest die Parteigeschichte betrifft. Jetzt ist Österreich seit, naja, fast schon 30 Jahren, seit 1995 EU-Mitglied. Herr May, was sagen Sie, was sind so die Vorteile dieser Mitgliedschaft und was sind die Nachteile für Österreich? Der Vorteil ist ganz bestimmt, Österreich ist ein kleines Land, dass man eine Kooperation hat, zusammenarbeitet in gewissen Dingen, die Sinn machen, wenn man sagt, man spricht mit einer Stimme. Der Nachteil ist auf jeden Fall, dass man sich überall einmischt von Seiten der Europäischen Union, alles gleich machen will und ich sage immer, Europa ist so ein schöner Kontinent, da muss man nicht alles gleich machen. Es ist schön, dass Spanier anders sind als Ungarn und diese Vielfalt ist es gerade, was ich so schätze und diesen Austausch mit diesen Menschen und da alles gleich zu machen und überall die gleiche Maske quasi drüber zu setzen, halte ich für einen großen Fehler, da muss man die Dinge auf kleiner Ebene lassen, wo sie besser geregelt werden können und das ist ja auch unser politisches oberstes Ziel für diese Europawahl. Sie sind ja Jurist eigentlich, das heißt, haben sich natürlich auch mit diesen Themen in Brüssel und Straßburg beschäftigt. Welche Themen wollen Sie jetzt nach den kommenden EU-Wahlen dann quasi im freiheitlichen Sinne in Brüssel und Straßburg vertreten? Ich bin ja im Industrie- und im Energieausschuss und ich glaube, das werden die ganz, ganz wesentlichen Themen für unsere aller Zukunft werden, nämlich die Industrie und die Energie. Wir sehen auf der Industrieebene wieder völlig verfehlte Politik gemacht. Stichwort Verbrennermotor, das wird uns allen noch auf den Kopf fallen. Im Energiebereich, ja, glaubt man, dass man mit ein paar Windradl und ein paar Sonnenkraftwerken die deutsche und die österreichische Automobilindustrie völlig unterstützen wird können. Das ist natürlich ein völlig falscher Zugang. Wir sehen schon, die Franzosen bauen immer mehr Atomkraftwerke, aber auch die Tschechen, die wollen uns den Strom dann schon liefern. Das gilt für mich nicht als grüner Strom. Ich bin ein Österreicher, ich bin gegen Atomstrom. Und das sind die Dinge, das wird überhaupt, glaube ich, weltweit, die Thematik der Zukunft werden, der Energiebereich. Jetzt vielleicht eine eher philosophische Frage, weil die anderen Parteien im österreichischen Parlament schwadronieren ja immer, oh, wir sind Europäer und Europa ist toll. Die meinen aber scheinbar eigentlich, dass die EU für Europa steht. Das tut sie aber eigentlich nicht. Was ist Ihre Vision oder was sind Ihre Gefühle, auch wenn es um Europa geht? Ist, genau das sage ich immer, die EU ist nicht Europa, denn Europa ist mehr als die EU. Also da muss man schon unterscheiden, das ist wesentlich. Die Europäische Union ist eine supranationale Organisation, wo es Sinn macht zu kooperieren in den Mitgliedstaaten. Das wollen wir auch. Das ist durchaus etwas, was uns auch alle weiterbringt. Aber Europa ist ein bisschen mehr und Europa, muss ich natürlich auch mitdenken, sind noch andere Staaten, die nicht Mitglied sind. Es muss auch nicht jeder Staat Mitglied werden in der Europäischen Union. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir die Staaten, die wir haben, wirtschaftlich auf eine Ebene bringen. Denn das ist noch lange nicht geschehen mit den ehemaligen Ostblockstaaten zum Beispiel. Und danach kann man sich überlegen, ob man die Europäische Union noch ausbreitet. Jedenfalls ist das für mich auch nicht das Gleiche, Europa und die Europäische Union. Faktum ist, es ist ein wunderschöner Kontinent, in dem ich sehr, sehr gern lebe und in dem ich auch noch weiterleben möchte und unsere Kinder und Kindeskinder auch noch weiterleben können. Bis dato waren ja so die Europawahlen immer nicht gerade die beliebtesten bei den Wählerinnen und Wählern. Also die Wahlbeteiligung war immer relativ niedriger als bei anderen Wahlen in Österreich. Diesmal aber hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Leute spüren und merken, es geht um was. Und das Interesse für diese Wahlen am 9. Juni, das ist sehr groß. Was würden Sie denn den österreichischen Wählerinnen und Wählern noch jetzt gerne mit auf den Weg geben? Ein Politiker, der vor einer Wahl steht, sagt natürlich immer, das ist eine wichtige Wahl. Aber das ist es diesmal wirklich, denn das ist eine richtungsweisende Wahl. Wir wollen von der Leyen abwählen, dann wird das Verbrennerverbot nicht kommen. Es werden zahlreiche Unsinnigkeiten im Industriebereich, weitere nicht kommen. Es wird dieser Green Deal nicht kommen, wenn wir stark werden. Und das ist schon eine ganz wesentliche Abzweigung, denke ich, die wir jetzt nehmen. Und auch EU-skeptische Menschen in Österreich haben erkannt, dass ja 80 bis 90 Prozent der Dinge, die hier umgesetzt werden im Nationalrat, dann auch von Seiten der Europäischen Union kommen. Zum Beispiel diese Plastikstoppel-Geschichte, die auf der Flasche, die jeder kennt, woher der Stoppel dann in der Nase beckt hat, das kommt von Seiten der Europäischen Union. Und wenn man das nicht will, dann muss man am 9. Juni zu dieser Wahl gehen und FPÖ wählen. Okay, dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Team nur viel Kraft im Wahlkampf in den letzten Tagen und Wochen. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank.